Ja, wir haben jetzt hier auch noch eine andere Bahn aufgebaut. Was haben wir denn jetzt hier Tolles? Ja, das hier ist ein etwas kleinerer Maßstab, ist speziell entwickelt für Kinder, Alter, 5 Jahre bis 12, Carrera Go und das Besondere hier ist unser neues System Go Plus, was man problemlos in jede Go-Bahn inkludieren kann. Ich habe hier eine zusätzliche Pitstop-Schiene, wo ich betanken kann, Reifen wechseln kann und Ölwechsel machen kann. Das Ganze funktioniert über meinen Controller, das heißt, ich habe einen erweiterten Spielwert in dem ganzen Thema Autorennen und wenn mir die Pitstop-Schiene nicht reicht, kann ich des Weiteren noch das Ganze mit einem App verbinden und mit einem Smart-Device. Also die Digitalisierung ist auch bei Carrera? Ist voll angekommen bei Carrera. Wir haben ja schon sehr, sehr lange digitale Technologie im Fahrzeug. Jetzt wird es natürlich auch sichtbar, jetzt wird es auch spielbar. Wir haben auch eine sogenannte Ghost-Car-Funktion, das heißt, ich programmiere das Fahrzeug und kann dann gegen mich selbst auf der anderen Schiene fahren. Und das App, was kann ich mit dem App dann machen? Mit dem App kann ich erstens einmal Zeit messen, Runden zählen und ich kann aber auch verschiedene App-Games machen, die mir helfen, dass ich einfach wieder schneller ins Rennen zurückfinde. Beste Beispiel ist, das Fahrzeug wird langsamer, ich muss stehen bleiben, weiß nicht warum. Dann sehe ich am App, aha, es sind lauter Fliegen am Visier vom Fahrer, muss ich die Fliegen wegwischen. Wenn das gereinigt ist, das Visier, bekomme ich wieder die Freischaltung und kann weiterfahren. Und das Spiel wird quasi so die Realität auch richtig nachempfunden. Richtig. Wir binden reale Szenen aus der Autowelt, aus dem Motorsport einfach ein. Das Ganze ist sehr lustig und sehr comichaft gemacht, natürlich, damit es für die Kinder passt. Und wir erweitern hiermit den Spielwert. Sie sagten, das hier ist für fünf bis zwölf Jahre. Ist das das Einsteigermodell von Carrera? Bis dato war Carrera ein großes Einsteigermodell. Hier auf der Messe stellen wir ein neues System vor, heißt Carrera First und das ist wirklich jetzt für die Kinder drei, vier Jahre entwickelt. Die ganz Kleinen schon. Für die ganz Kleinen und das neue Einstiegsmodell. Und das würde ich mir jetzt auch gerne noch anschauen. Da gehen wir gerne hin.